Wenn du sagst, ich liebe jemanden, wirst du die Dinge über die Menschen, die du liebst, übertreiben. Du wirst die guten Dinge an ihnen übertreiben. Wenn du sagst, ich hasse jemanden, wirst du die schlechten Dinge an ihnen übertreiben. Du wirst nie etwas so sehen, wie es ist. Menschen werden blind für die Dinge, die sie lieben, nicht wahr? Sie haben keinen Verstand. Sie verlieren jeglichen Verstand. Wenn sie hassen, verlieren sie ebenfalls den Verstand. Wenn du etwas magst, wirst du den Verstand verlieren. Wenn du etwas nicht magst, wirst du auch den Verstand verlieren. Der Zugang zum Leben besteht darin, gleichmütig zu sein. Dass man in der Lage ist, alles genau so zu sehen, wie es ist. Jetzt bist du freundlich zu jemandem, nicht weil jemand nett ist. Du bist zu jemandem freundlich, weil du freundlich bist. Das ist alles. Das ist viel sicherer. Das ist eine sicherere Liebesaffäre, nicht wahr? Du bist freundlich zu jemandem, weil du freundlich bist. Wenn ich freundlich zu dir bin, weil du nett bist, wird morgen, wenn du nicht so nett bist, etwas anderes passieren, nicht wahr? Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020